Hallo, hier ist wieder euer Hexler, der Henker. Es ist nun dreistellig, die Abonnentenzahl. Und das hätte ich natürlich ohne euch niemals geschafft. Ich möchte mich in erster Linie bei den ganzen 100 Abonnenten bedanken, aber auch bei allen anderen, die kräftig Werbung für mich gemacht haben, die mir folgen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und auch, dass ihr Kommentare da lasst, den Daumen nach oben und mich abonniert, obwohl ich das in meinen ganzen Videos nicht erwähne. Ihr seid einfach nur die Besten. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ich hoffe, es geht weiter. Und ja, das war es eigentlich auch schon gewesen. Das war euer Hexler Denker. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.